Applaus 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 Musik 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 Das ist die Interaktikoperative. Kann ich dir helfen? Ja, ich versuche zu erreichen Flight Commander B.R. Johnson auf Mars Flight 247. Very well. Hold on, bitte. Ihr through. Entfernte Operator. Applaus So, das hat seine besondere Bewandtnis, dass Sie noch mal hier sind. Denn es werden jetzt abgenommen. Bitte ausrichten. Es werden jetzt abgenommen, die Pflichtposen. Wir beginnen. Doppelbizeps vorn. Küsse im Bauch. Gut. Danke. Latissimus vorn. Auf. Danke. Die seitliche Brustrose, bitte. Danke sehr. Bitte Drehung zur Rückansicht. Und dann Doppelbizeps hinten. Und die Präsentation der Bader. Danke. Which would be good to be on your side. Where to follow it's dream of a part. Danke. Danke sehr. Bitte in die seitliche Trizeps-Burbel. Ruhig, jeder mit seiner Schokoladenseite. Und als letztes Bauch und Beine. Die Seiten auf. Danke. Ich sehe die Jury stark beeindruckt und arg beschäftigt. Und rufe ihr raus zum einbenötigen Post-Down. Und auf geht's. Jetzt ist das Publikum der Vorbereitung. Jetzt sind die in der Reihe. Das Publikum der Vorbereitung. Das Publikum der Vorbereitung. Das Publikum der Vorbereitung. Das Publikum der Vorbereitung. Wir bilden ihn zum Schluss. Roland Gibbler, Berlin. Ein Landsmann aus Nordrhein-Westfalen. Wilfried Maldener aus Lünen. Der nächste ist Henner Schulz-Karsten aus Werden, Niedersachsen. Jürgen Gibbler, Berlin. Jürgen Gibbler, Berlin Schleswig-Holstein. Er kommt aus Kiel. Dieter Kubik, gleichfalls Schleswig-Holstein aus Neumünster. Als Probejurorin heute Abend verdient sich ihre Sporen. Korinna Gibbler, Berlin Schleswig-Holstein aus Kiel und Jürysprecher und Vorsitzender des Kampengerichts und heute Abend ist Mittwocherstatter Peter Baskit Hamburg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Na, guck ihn an. Also, Startnummer 23, Jörg Hartmann aus Bad Oldesburg. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020